ja herzlich willkommen zurück bei Castlevania oder für Klisha und wir gehen jetzt in den Tristis Pass selbst am Namen aber ist halt mal so die Frage ist jetzt welche Waffen könnte ich brauchen ich nehme jetzt mal Sense und Schwert was ist das? Ballonspinne oder was? Arachne Arachne 104 was war das? ein Ballon okay das wird immer gefährlicher hier gut dann muss ich wieder umrüsten denn so geht da nix Musik ist geil so hier ist eine Kiste Tonicum ja auch das Licht eigentlich auch was gegen die ja nur 15 das ist zu wenig da hier oben gibt es nichts ja you look delicious geh weg von mir so diese kleinen Viecher auch noch platt machen wenn ich hier Kurzelbäume in der Luft mache scheiß Ballon-Tier und ein Teleporter brauche ich jetzt aber nicht ist das der Level der platzenden Viecher oder was? ist natürlich blöd wenn hier das ganze Zeug von denen rumfliegt fliegt Echsenkrieger Echsenmann einfach mal nah dran Echsenmann 180 Ah Speicherstatue die benutze ich die benutze ich auf jeden Fall Echsenmann女 Echsenmann Ballon-Tier Echsenmann Gnack Ui Echsenmann Gnack Gnack Spraken Wenn ich Doppelsprung mache, nach unten drücke und nochmal springe, kann ich so schnell nach unten suchen. Ich habe gerade per Zufall herausgefunden. Riesenskelett mit 800 HP! Nein! 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 Au! 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 Ja, ich glaube, ich nehme den Hammer. Sichelrapierschwert... Wo ist denn der Streckfolge? Da ist er. Hä? Bist du jetzt tot? Danke. Ja gut, für den letzten Schlag. Noch mal Waffenwechsel war jetzt bisschen sinnlos. WAH! Was zum... WANDLER! WANDLER! 293 TP! Okay. Ja, das ist ja fies. Ja, das ist der ehemalige Boss, wenn ihr euch erinnert. Und der reckt mich schon wieder auf? Der hat mich damals schon genervt. Scheiße, ich habe nichts zum Heim gekauft. Ich habe doch irgendwann noch dieses Sandwich. Wow, das ist halt viel. Ah, wie geschmeckte der Hammer. Ich habe auch ein paar neue Tricks gelernt. Schau, da ist dein Kollege. Ja, genau. Schön auf dieselbe Stelle geschlagen. Das muss man auch erstmal können. So, wir rüsten jetzt wieder um. Ja, ich weiß, es ist ziemlich viel Umrüsterei, aber... Es hilft nichts. Da komme ich noch nicht mal durch. Da werden spinnt, da werden noch eine Truhe. Ah, cool. Erzeugt Eissäulen. Und das Ding bricht. Cool. Aber weil ich gerade dabei bin... Kaching! Nein, das war falsch. Nicht Fidesfio, sondern... Sondern Fortesfio. Zing! Jetzt muss ich nur noch da rüberkommen. Cool. Okay, den Pilz habe ich ja. Komme ich da jetzt nicht mehr rauf, oder was? Ah, Eissäulen, Zauber, wo bist du? Du erzeugst aber keine Eissäulen, oder? Ja! Ja! Please, over! Please, over! Ah, cool, ne, Ruhe! Wie lieb'n den Ring? Genoa liebt nicht. Ich dachte, du erzeugst Eissäulen. Vielleicht hat er zwei. Please, over! Wie viel Zeit! Wie viel Zeit! Okay, das funktioniert anscheinend schon nicht. Auf Wiedersehen. Ähh... Puh. Bin gerade ein bisschen überfordert mit so vielen... Dingern. Mächtiger Raub. Nein, da hatte ich noch irgendwo mächtiges Schwert. Hier. Jetzt brauche ich doch wieder diese Magnet-Dingens. Wenn jemand weiß, wie ich hier hochkomme durch diesen Wasserfall, bitte in die Kommentare schreiben. Das würde mich brennend interessieren. Wow! Was bist denn du? Nein! Panzer-Bäste! Zwei 155 kauf hier. Warum habe ich eigentlich den Hammer drin? Das ich wollte, ja? Oh Gott, der schon wieder. Nein! So, bist du tot? Ja. So, tue. TP erhöht! Das ist wunderbar! Gell, Fido? So. So, du bist auch tot. Wenigstens gibst du etwas Erfahrung. Nämlich 133, um genau zu sein. Ah, scheiße, die Viecher. Ah, scheiße, die Viecher. Und die Viecher. Und die Viecher. Hä? Hä? Was kommt denn da alles auf einmal? Hä? Ich treffe den Scheiß- Ich treffe den Scheiß-Ordler nicht, oder was immer das ist. Adler, Vogel. Oh, Speyerpunkt. Das ist super. So. Ich hätte gern deine Glühfe, mein Freund, aber... Er ist nicht so willig, wie ich es gern hätte. Na gut, du kannst mich jetzt mal am Arsch. Ja, ich sehe... ...schmackhaft aus. Ich weiß nicht. Ja, alter, ihr! Wie ist dieses Viech? Ach, die Kacke! Ich bin vergiftet anscheinend. Gegengift. Hab ich nicht, oder? Das war so klar. Das war so klar! Gut, kein Gegengift. Hier ist der zweite Beam-Raum. Bin eh schon nicht mehr vergiftet von dem her. Naja, ich sehe schmackhaft aus. Nein. Ja, jetzt kackte mich schon wieder voll. Ach, über die kann ich einfach drüber rutschen. Das macht die Sache einfacher. Ja, vergift den nicht. Ist okay. Dafür rutsch ich über deine Babys! Hahaha! Einen Reisehut. Ist der besser? Ein breitgekämpfter. Ein breitkrempiger Hut. Wie in Reisen die häufig tragen. Glück verringert sich, aber sonst wäre ja besser. Den setzen wir auf. Er braucht schon Glück. Glück wird überbewertet. Aber ich kann ja Lebensenergie brauchen. Na, es wird auch überbewertet. So, wir ziehen uns erstmal das hier rein. Dann... Na, altes Fleisch will ich jetzt eigentlich nicht. Ich... Ah, der Grail gibt Herzen. Gut. Das werde ich mir wahrscheinlich eh nicht merken können bis zum nächsten Mal. Ja. Jau, da waren das viele. Eule. Ah, wo bin ich hier? Noch eine Eule. Tote Eule. Haha! Gott geht's hier bald hoch. Und am Ende... Hallo, Donner-Dämon! Ich bin kein Fan von dir. Was willst du? Da gibt es ein Donnerwetter. Hahaha! Schöne Scheißuele. Aber hinterlässt mir keine Glüfe, die Sau. Das nächste Donner, den Dingsbums. Nein, du machst nichts. Glüfe, 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 Glüfe? Na? Ich weiß, ich mach mit 69 KP die krassesten Manöver. So, du bist auch tot. Keine Glüfe. Was kriege ich hier? Lanze, oder? Eine mächtige Speer-Glüfe. Speer. Hatte ich schon mal ein Speer? Ach, Paul Hofster ist aber schlechter. Dann gibt's noch eine Truhe. Raute. Okay. Noch eine Truhe. Tonicum. Eine rote Truhe. Streitwagen. Ach ja, ich habe einen Ring bekommen vorhin. Liebenden Ring. Defense um zwei Höhe und Streitwagen. Uhuhuhu. Ring der Streitwagen. Gämmt sich doch an, oder? Gämmt sich doch an, oder? Gut. Das hat sich gelohnt, herunter zu gehen. Und ich hoffe, dass dieses Gebüt gleich aus ist. Natürlich nicht. Das war so klar. Ich brauche was zum Heilen. Aber ich habe nichts. Sehen harmlos aus. Können aber tödlich sein. Ein köstlicher Pilz. Na gut, der heilt ein bisschen was. Immerhin. Ach, eigentlich bin ich ja total bescheuert, gell? Ich kann mich ja selber heilen. Das ist nämlich das Blei plus eins, da kann ich mich heilen. Aber erst muss ich mal hier durch. So. So muss das sein. Bismarakt. Auch nicht schlecht. Was habe ich hier? Raute. Auch nicht schlecht. Ich habe ganz vergessen, dass ich mich mit dieser Fledermausform selber heilen kann. Nur um plus eins. Und. Aber immerhin. Willi gefällt. Hier schon wieder. Gut. Das funktioniert wunderbar. Der Schweinepriester hat geblockt. Und hier gibt es eine Glühfell. Die wirkt vorübergehend eine höhere Geldbeute. Iniri Pesunia. Das können wir mal ausprobieren. Wenn ich mehr Lebensenergie habe. Zirkton. Ja. Wo geht es denn hier hin? Uh. Rote Trüe. MP erhöht. Ja. Wunderbar. Das sind die Dinge, die gefallen mir am besten. Wenn ich rote Kisten finde, wo ich mehr Lebensenergie der MP bekomme. Ja. Da sitzt wieder eine Eule. Oder saß eine Eule. Ha. Da gibt es auch noch eine Kiste. Wie geil ist denn das? Bodysuit. Dann eine Rüstung. Ja. Ist aber schlechter. Ein bauchfrei schwarzes Bodysuit. Ja. Wir denken jetzt alle dasselbe. Aber ich werde es jetzt nicht aussprechen. Level Up. Level 25. Uh. Party. So. Wellen sind kein Problem für uns. Oh. Großer Level. Und der Level ist vorbei. Gottes Dank. Riff der Vergessenen. Da geht es das nächste Mal weiter. Wenn wir zurückkommen hier bei Castlevania. Oh, da habe ich Klischer. Ja. Irgendwann muss ich einen Cut machen. Ich meine. Ja. Es hilft alles nichts. Auf jeden Fall gehen wir in das Riff der Vergessenen. Und gucke mal was Albus so treibt. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt. Let's play Castlevania Order für Klischer. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. So long.